So meine Lieben, hallo und herzlich willkommen So, das Mikrofon ist jetzt Hallo und herzlich willkommen zurück zu Los Forrestos Teron Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich immer noch am Bauen Und zwar liegt an den Glocke hier fertig Ihr wisst, was ich mir baue, ist mir eine Bank Ganz wichtig, eine Bank Darf ich nicht, irgendwo eine Bank stehen So, dann kann ich da eigentlich noch einen Tischen bauen So So, hier nur 5 Blocks für Das ist alles gut daran Dann ist das nämlich schön Müsst ihr dann Ihr macht gut aus In anderen Worten Ähm Ja Erst für so einen Pickling, wo man mit Pickling machen kann So, einen baue ich noch Und dann haben wir es auch gebaut So So, sieht das denn aus Aber ich glaube, da mache ich hier auch noch mal eine Bank hin, oder? Aber hier wollte ich ja eigentlich auch noch ausbauen Entschuldigung War so eine wunderbare Aussicht Und, ähm, dass ich mich einfach auskosten möchte Wie gesagt, ich baue euch fährt jetzt in dieser Folge Auch versuchen jetzt ganz viel zu bauen Fisch habe ich auch noch genug Steine kann ich glaube ich auch 8 oder 12 Stunden sammeln Oh ja, ich habe noch Versteine hier Das habe ich doch gar nicht gebaut, ne? Oh, ich bin so dumm Ist ja auch noch so ein Oh, das kostet auch noch mal ganz viel Am runter bin ich glaube ich am sichersten Damit ich nicht ein Einwohnerdorf wäre Da wäre alles von mit Tieren Und habe ich keine Lust drauf Deswegen habe ich mich mal hier Da mal zwei Monaten Hier gelassen Ja Na Ich esse gerade Chips Ja 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 Hä? Hä? Bin ich jetzt mit zwei davon? Ne, wollte ich sagen Da kann ich auch noch dran stehen Oh, das ist zwei davon Scheiße Aber wie gesagt Ich glaube ich muss hier alles noch abroden Hätte ich hier einfach nur als ein Bäume hier weg es ruft die luft rein ist so was haben wir hier auch ein bisschen was frei ballert das nicht mehr so ist das andere mann hier gibt es irgendwie kaputt gelangen Ach man, das ist nur ein anderes Besuch, das hier ist. So. das haben wir ich mache das baumhaar da drin, sieht auch geil aus das holz, das sammle ich dann hinten da alles das baum, den da auch noch fällen den da, dass ich davon stehen ruhig, dass wir keine Einwohner sind sowas kann ich aber auch schnell ändern alles weg ruhen, das ist schon heftig jetzt geh ich mir einfach mal ja, jetzt haben wir noch eine robo wir müssen zwei folgen mit dem kasten ich habe noch ein paar ich habe noch eine robo ich habe noch eine robo ich habe noch ein paar Oh, nice and butter. doch wir echt so ja genau ich mache jetzt ein großes jetzt finde ich ganz viel holz sammeln und ja ich glaube die nächste folge baue ich meinen greenscreen auf dann nehme ich mit OBS auf ich muss mal schauen um euch halt ein gutes gutes erlebnis anzubieten so ja ja ich glaube den baum fällt hier noch weg ich höre mal einfach fünf binger raus krass so 3 nee 4 in der 3 6 2 3 4 7 8 9 10 11 das sieht irgendwie von dunkel aus ähm wo gehst du denn hin da Egal. So Also wir haben jetzt Sonst viel Holz Bleiben ja dauernd hin So Ich klaue das nicht mehr ab So Ähm Ja Wie gesagt Holz haben wir jetzt ganz viel da Ich beleg was wir uns Ah genau da hinten Wie ich es hier hin haben Das wir jetzt mal hier das sichern das Holz So Haben wir da nämlich jetzt hier Mein Holz schon drin Weil ich will mich da meinen Balkon Mich weiter ausbauen Okay 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 So. 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 für das holzer kriege ich schon was gebaut wir sind ganz viel brennholz ja brennholz sind es nicht aber ja ich fahre trotzdem mal weiter wie gesagt dann habe ich für die nächsten folgen immer was parat oder ja für eine folge wenn ich schnell was bauen das ist so mein ziel 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 ich glaube ich stecke das ist eigentlich 15 stück das ist so mein ziel machen wir mal Essen hier Das war's. Das war's. So. Ah, gut. Wir können jetzt essen. So, herzlich willkommen. Ähm, ja. Ja. Und ich glaube, die nächste Folge mache ich einfach mal mit Dingens. Jetzt haben wir noch Zeit. So. So. Wir gehen hier halbwegs voll. Oh, erstmal sitzen. Einen wunderschönen Tag genießen. Auf der Insel. So. 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 erzählen ja genau ich war ja bei ford ich werde jetzt wieder mehr zeit dafür nehmt wenn ich halt habe investiert die in forrest weil ich finde einfach faust ein schönes spiel ist und ja schönen sterne wird eigentlich schlafen ja na gut ja zwei minuten habe ich noch beruhe aber ich sag's mal das lange genug wir sehen uns in einer nächsten folge wieder wenn es heißt los forrest aus vermessen und ich wünsche euch noch einen schönen tag tschüss bis bald ciao mit x